Guten Tag, mein Name ist Jakob Leube, ich bin Aktivist auf der Straße im Kampf für bedrohte Arten. Ich habe mich unter anderem schon engagiert für den Schutz des Laubfroschs oder auch für die Rettung der Lufthansa. Und heute bin ich wieder auf der Straße im Kampf für eine bedrohte Spezies. Rette die CDU! Hallo, wollen Sie die CDU mit mir retten? Nee, auf keinen Fall. Ich habe bis jetzt CDU gewählt, seit 45 Jahren. Und jetzt nicht mehr? Nee, how dare you? Ja. Also, wenn sie sich nicht bewegt, geht sie halt unter. Dann ist es halt so. So toll ist es ja nur auch wieder. Das dürfen wir doch nicht zulassen. Die CDU ist nämlich eine gefährdete Art, weil sie ja schmilzt. Man muss die CDU retten. Sind Sie da dabei? Nee. Ich werde beten dafür. Ah, beten. Ja, okay. Besser als nichts. Ich bin hier, ich bin laut, weil die CDU meine Hilfe braucht. Wollten Sie in einem Südwesten leben, in der unsere Kinder und Enkelkinder ohne eine CDU aufwachsen? Warum nicht? Die CDU hat ja aber eigentlich Top-Leute, Top-Abgeordnete, die sich für die Leute einsetzen. Ganz feine, integre Abgeordnete. Ja, fällt mir so spontan jetzt keiner ein. Kann Armin Laschet vielleicht die CDU retten? Nein. Gucken Sie mal, der Altmaier. Was ist denn der? Der schwammelt viel, aber bringt nichts zustande. Aber ein Jens Spahn zum Beispiel. Nein, ist das Schlimmste. Oh, Wind. Aber die CDU ist doch wichtig für das System. Nein. Also wie die Bienen. Nein. Aber die halten doch den Laden am Laufen. Nein, nein, der ist einfach überholt. Vielleicht ein bisschen mehr innovativ denken. Alte weiße Männer. Keine Frauen. Keine Jungen. Warum? Ja, warum? Korruption mit den Masken. Ja. Wegen dieser Maskenaffäre. Ich denke mal, das hat Ihnen hauptsächlich die Stimmen gekostet. Ja, Korruption ist natürlich blöd. Aber es ist doch bei der CDU auch so ein bisschen Tradition. Das gehört doch dazu auch schon immer. Wären Sie nicht bereit, CDU zu wählen, beizutragen im Kleinen, dass die CDU erhalten bleibt? Aber nie und nimmer. Ich habe das Gefühl, der CDU ist gerade nicht zu helfen. Ich brauche irgendwie eine einfache... Nein, der CDU ist nicht zu helfen. Ich brauche eine einfachere Mission. Darf ich das einmal dir? Es tut mir leid. Ich brauche eine einfachere Mission. Rettet Schalke 04. Ole, ole. Die sind bedroht. Rettet Schalke 04. Rettet Schalke 04. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das hier könnte euch auch gefallen. Ist nämlich auch von uns. Und hier könnt ihr uns abonnieren. Und natürlich am besten auch die Glocke aktivieren, um in Zukunft nichts mehr von Extra 3 zu verpassen. Wer hatte die Idee mit der Glocke? Wenn ich noch nicht meine Glocke aktiviere. Und jetzt geht der Glocke. Untertitelung des ZDF, 2020